Rainer! Steh auf! Ich höre wieder Stimmen draußen. Draußen. Da läuft, glaube ich, eine Horde vorbei. Hörst du es nicht? Ach, hier hinten. Da ist so... Hallo? Wer sind sie? Okay, er ist böse, er ist böse. Ich auch, weil ich geweckt wurde. Hab ihn. Cheap Lockett. Okay. Gehen wir wieder rein, es ist eiskalt hier draußen. Halb sechs, ey. Kann der dich spielbar hören? Oh. Pass mal auf, wir sollten ein paar... Ich baue mal uns Kisten. Ich baue mal zwei Stück, dass wir uns Inventar reintun können. Wir wollten ja noch die Stadt weiter looten. Ja, meine Taschen sind voll. Ich muss mich ganz schön ausziehen. Ich glaube nämlich, dass wir hier in diese Boxen definitiv ein bisschen mehr rein bekommen. Wir können ja nachher sortieren, bevor wir wieder weggehen. Hast du schon irgendwie... Wollen wir Messing auch schon einschmelzen oder... Ja, eigentlich nicht. Nee, machen wir eigentlich nicht. Aber Metall könnten wir einschmeißen, einschweißen. Wir können daraus... Wir sollten daraus ähm... Dingsbums machen, ähm... Geschmiedetes Eisen. Ich habe noch zehn, wenn du hier irgendwie brauchst, um was herzustellen. Ne, am Augenblick noch nicht, aber... Ich denke, es ist besser, wenn wir alles in ein Ding nehmen, in Eisen fahren. Findest du nicht auch? Kann ich überhaupt Geschmiedetes Eisen machen? Ähm, dieses Tier... Warum kann ich hier keine machen? Ähm... Tool. Hm... Anvil. Haben wir irgendwo einen Ambus? Weißt du das? Nein, das müssen wir herstellen. Ich glaube, dass ich irgendwo einen gefunden hatte, aber... Kann ich auch nicht herstellen. Gar nicht. Gar nicht. Und jetzt machen wir noch zwei Stück. Backpanel, top. Das ist hier oben nicht her. Das ist hier oben nicht her. Oh... Das ist mal... Alles, was wir jetzt nicht... Essen. Trinken nehmen wir mit. Äh... Ich habe hier noch einen... Fusionsgenerator schon gemacht. Hast du schon eines gelesen? Ja, die habe ich schon gelesen. Okay. Messer nehmen wir mit. Und den Sledge haben wir nämlich auch mit. So... Den Rest... Lass mal einfach mal hier jetzt... Ach, Karl soll sich auch mitnehmen. Ansonsten kommen wir hin. Haben wir so schwerkönig. So... Hast du Hunger? Ne, ich habe gerade gegessen. Okay. Ich schmeiße nur mein Kram hier rein, was ich nicht brauche. Und schauen, hatten wir zum Trinken schon was gemacht. Ja, nehmen wir mit. Alkohol bisschen mitnehmen. Wir wollten ja nochmal in die Stadt gehen. Und noch ein bisschen looten. Ein bisschen Zeugs besorgen, damit wir weitergehen können. So... Wir kriegen Besuch. Oh ja, oh ja. Rein, rein, verstecken, verstecken. Shit, die haben mich gesehen. Dann raus. Komm raus, 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 raus. Weglocken. Das sind eine Menge. Oh shit. So... Ich komm. Ich blöse alte... Drücke... Mach die Tür zu. Wofür kommen die ganzen jetzt her. Schieße, schieße, schieße. Ich hau sie mit meinem Gehen wir ab in Brust, die größte Horde ist doch nie her, oh ja, ich bin heute mal reicht, pass auf in Drieher, verdammt, es sind zu viele, Oh, 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 komm mir, nicht zu nah, nicht zu nah, nicht zu nah, hau ab, Wie sieht es aus bei dir, kommst du klar? Das kann nicht sein, wie wird nicht, ich gehe auf Rotkreuz benutzen, er nimmt es nicht, ich habe jetzt ein Redefekt genommen, ich gehe immer noch runter, nehmt mal eins in einen Gürtel rein. Oh Mann, nur komm, ey, gleich mal. Nein. Hm, blutest du? Ja, 13, 12, 11, ich bin gleich, jetzt hat er genommen. Hm, das dürfte eigentlich nicht sein. Das ist doch schon wieder voran hinterlegen. Okay, die hier lassen wir als Abschreckung hier. Die Leichen, oder? Sind alle gelotet? Ich glaube, ja, kann ich aber noch mal durchschauen, war nur Schrott drin. Und erst mal Antibiotika neunifiziert. Ich auch. Hast du Antibiotika? Nein. Hast du welche? Oh, ey, es ist zum Kotzen. Was denn? Ja, wenn du nicht in den Gürtel ziehst, wirkt es nicht. Also, ich habe jetzt Antibiotika in meinem Inventar. Ja, ich auch. Ich habe eben benutzt. Hat gewirkt, hat gewirkt, ohne Probleme. Ich habe eben benutzt. Ja. Nichts, jetzt ziehe ich im Gürtel, klicke drauf, benutzen. Ich habe Honig, wenn du brauchst. So, Rainer, wie sieht es aus? Gehen wir jetzt in die Stadt? Ich muss mich erstmal unwahrscheinlich heilen. Ich habe mich unwahrscheinlich zerlebt. Warst du wieder frech zu sehen? Ich habe den Dicken hinter mir gehabt. Ja, den hatte ich auch gehabt, einige. Ich habe es mit der Armbrust versucht, ja, aber das ging nicht. Also, ich musste. Naja. Wir können meinetwegen erstmal losfahren. Ich muss bloß von den Zombies fernhalten. Wir sollten uns langsam losfahren. Ja, ja, ich sage, wir können losfahren. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn mein? Ja. Ich habe schon nicht mehr eingeschneit. Ne, heute Nacht hat es nicht geschneit, soweit ich weiß. Ähm, wo wollen wir denn hin? Ähm, wir wollten in die Stadt. Wir wollten uns noch ein paar Sachen anschauen. Wir wollen uns noch ein paar Sachen machen. Wir wollen uns noch ein paar Sachen. Wir können uns noch ein paar Sachen prüfen machen. Wir wollen mit Paris. Wir wollen uns noch ein paar Sachen anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin da. Aber du bist. Oh Gott, die Straße. Gut, da Zombies drin sind. Ja, sind. Bankenschwester lag wohin. So einen halbstarken habe ich auch gehabt. Den habe ich jetzt getötet. Cheerleader. Oh Gott, hier liegt noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind viele Zombies. Einige habe ich schon. Da oben ist mir Rainer. Hier oben. Ja, ich warte auf den, der kommt. Hier sind nochmal zwei. Ich habe sie. Er lebt doch ja. Dort liegt noch einer. Hier ist auch noch einer drin. Okay, ich habe den hier. Da liegen noch zwei. Okay. Die ist ein chemisch. Funktioniert aber leider nicht mehr. Dann haben die Zombies kaputtgeschlagen. Okay, ein paar Waffenteile. Noch mehr Waffenteile. Eine Pistole. Eine Hunting Raffel. Noch mehr Waffenteile. Haufen Schrott. Noch mehr Haufen Schrott. Ich habe ein Save hier. Aber ein kleines. Da ist auch nichts drin. Also bei mir ist hier tote Hose. Dann wird es. So ein Korb mal mit. Irgendwo ist noch jemand. Ja, wo? Irgendwo ist das Blech hier. Irgendwo. Keine Ahnung. Draußen wahrscheinlich. Hier drin ist nichts. Keiner. Okay. 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 Ja, was ist mit ihr los? hier liegen noch zwei mamas und hier ist noch ein dicker ich mach mal kurz bisschen sauber hier mein inventar ich hab einen haufen tote mäuse wieder gefunden es fängt an zum regnen kommt ein gewitter auf so ich bin oben ich habe war waffenteile gefunden ich habe gerade sauber gemacht dass ihr mein inventar weil zu voll war nein oh gott sei dank habe ich nicht gebrochen ich habe auf dem mültore gelandet oben die zwei habe ich auch getötet ok wo gehen wir weiter looten was genau ist dieser laden war doch so interessant hier oder der linke rechts da waren wir schon drin da waren wir gestern drin aber hier waren wir noch nicht drin weißt du wir kommen hier irgendwo hoch wie wärs von hier guck mal bist du guck mal bei mir hier auf der seite wenn wir hier drüber springen oh gott auch zombies da war ein zombie hier gibt es viele läden irgendwo habe ich ganz gelesen da ist klar sobald die diesen Ärger einige war oh shit wo bist du hier hab sie wo sind die denn oben ja hier zwei stück hier da und ein großen tür gesehen und er ist offen das mindern hier ist ein waffenträsor ich mach den mal auf nichts besonderes drin sie inventar leeren skrippen tote maus ja wieder ein tote maus bei meinem glück hast du hast du maus gegessen oder was okay hat sich kriminell an es war nicht so berauschend willst du uns hier retten ich habe sie retten gefunden ich höre hier noch jemanden irgendwo ist noch jemand die rennt die rennt die ist runter in zwei wochen ja ich sehe sie gerade rennt zurück rennt zurück zu mir noch einen nimm dir ok noch irgendwo was Ja. Warum? Brauchst du was zum Heilen oder so? Nee. Den auch. Geh, wieder kommt. Hm. Gleich wird's nass. Vorsicht, der rennt. Vorsicht, der rennt. Wo ist er? So, hier ist nämlich Medizin. Ich schaue, ob wir hier... Oh ja. Hier sind Kisten drin. Gucken wir mal, was hier noch Schönes hat. Noch irgendwo was? Weiß ich nicht. Da noch jemanden. Irgendwas höre ich, ja. Ja, bei mir noch eine dicke. Kann die uns nicht langsam in Ruhe lassen? Das sind ziemlich viele hier. War wohl ein beliebtes Laden. Okay. Habt ihr beide auch? Gut. Ich glaub, hier gibt's sonst nix, ne? Ja. Hm. Ich hab' ein Buch gefunden. Ich hab' ein Buch gefunden. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wenn du eine Zigarette willst, dann gib mir Bescheid. Ich hab' die Geräten gefunden. Die waren noch verpackt, also die waren nicht offen. Ganz entarmt. Ist ja, ist ja ein komischer Himmel, ne? Ja. Ja. Es regnet's. Unwetter. Kommt ein Unwetter auf uns zu. Jetzt gucken wir mal, ob ich von hier oben noch Gebäude sehe. Aber... Okay. Ich glaub, hier gibt's nix mehr. Sollen wir weiter? Ich weiß nicht. Also... Ja, bis jetzt Zeit. Die Nacht steht an. Ja, bis jetzt Zeit haben wir noch. Komm, auf dem Moped. Dann schauen wir uns mal, ob wir noch irgendwas anderes Schönes finden. Kommst du oder was? Was machst du? Ja, 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 ja. Wir sollten schon zusammenbleiben. Oh, fängt gleich an zum Regnen. Wir sollten irgendwo rein, wo wir nicht nass werden. Weil hier ist so ein Hochhaus. Sollen wir vielleicht da rein? Hochhaus. 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 Hier rechts. Meinst du? Da werden doch bestimmt viele von den Tichern sein, oder? Ja, ist damit zu rechnen. Wir sollten sagen, wir suchen uns irgendwas. Ich weiß nicht. Was ist das hier? Post Office? Nee. Hier war das Gefängnis, da waren wir schon... Ach, wir wollten doch ins Krankenhaus noch looten. Wir wollten doch noch nach medizinische Sachen schauen. Da ist es. Ah. Ja. Na, wenn es jetzt gleich losregnet, sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Schutz haben vom Nässe, dass wir nicht noch mehr Kältung bekommen. Bei dir brennt noch Licht in deinem Moped. Was ist das? Lass uns mal hier hochgehen. Hast du das Geschrei auch gehört? Ja. Ich habe aber keine... Ah, okay. Ich kann... Oh, hinter dir! Ich habe keine Holzrahmen. Was ist das? Bleibt doch oben. Ja, ich bin runtergefallen. Da ist ein Hund, da ist ein Hund. Oh. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Die haben auch geschrien, ganz komisch. Alter, bist du verrückt hier? Oh. 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 Ich muss nachladen. Komm zu mir. Komm in meine Richtung. Ich kann dir helfen. Ich kann dir momentan nicht helfen. Ich muss dich momentan heilen. Ja, wir sollten zusammenbleiben. Keiner rennt da weg. Komm mit mir. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Warum gibt es so viele Verstands? Nehmen. Und sie sind nicht unter. Und sie sind zu flossen. Wir müssen mal gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme. Ich komme. Was zum Teufel. Hier ist ein Haus. Ich komme. Vielleicht. Scheiße. Ich komme nicht raus. Rein, rein, rein. Wenn ich das wüsste. Kein Weg kommt in meine Richtung. Ich habe Heilmittel. Ich muss nachladen. Ich habe keinen Knuden mehr für die. Ich habe keinen Knudel. Ich habe keinen Knudel. Ich habe keinen Knudel. Ich habe keinen Knudel. Das kann doch nicht wahr sein. 100 Schuss hatte ich noch. Ja! Ich kann sie von hier kommen. Ich bin auf den Stein. Ich kann sie nicht hoch. Doch, die kommen da hoch. Ja, dann denke ich, wenn sie abschießen. Das kommt. Das ist eine bessere Waffe. Der ist schon oben. 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 Nein? Schau dir mal den Mond an. Der Mond ist knallrot. Schau dir mal, schau dir mal. Kannst du dich daran erinnern, was er in der Welt gesagt hatte? Passt auf, alle 7 Tage, wenn der Mond auf voll steht, drehen die Infizierten durch. Schützt euch und lasst euch auch nicht von den Banditen töten. Ich glaube, es ist der siebte Nacht. Ich glaube, es ist der siebte Nacht. Ja, das ist dann der siebte Tag, ja. Alle 7 Tage. Ey, das ist der Mond, sei der Mond. Oh Gott. Komm her, Rainer. Rein mit dir. Warte, warte. Nicht reinkommen. Nicht reinkommen. Nicht reinkommen. War ein Fehler. Was war ein Fehler? Nicht reinkommen. Ja. Ich habe mich im Bad versteckt. Ich habe mich im Bad versteckt. Ich habe mich im Bad versteckt. Ich kann hier runterkommen. Kaputt. Meinst du? Hier. Hier. Lass dich runterfallen. Sicherer wieder oben. Dann sehen wir uns. Wenigstens nicht. Hier sehen wir uns zumindest nicht. Das finde ich super. Ja. Das war alles. Warte. Es tut mir aus. Ja. Das ist sicher die Lust. Ja. Ja. Du bist der Wasser. Du bist der Wasser. Und er würdest. Du bist der Wasser. Ja. Was? Ich hab ein Ding. Warte, warte. Ja, ich hab ein Skrügel. Warte, der muss erst tot sein. Blute. Ja. 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 Knapp noch. Acht Schüsse. Sollen wir versuchen zu flüchten? Nein. Das ist normal. Warte, ich mach mal hier mal die Wand auf. Meinst du? Ja. 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 Wir sind hoch genug. Können wir wenigstens sehen, was unten los ist. Lass es halten. Reiner, ich hab ne Idee. Was ist, wenn wir hier... Oh, das ist aber nicht so gewesen hier. Wenn wir losrennen. Zu unserem Moped. Und abhauen. Oder sollen wir sie töten? Mopeds sind dahin. Komm mit. Renn mit. Renn mit mir mit. лер creixen. Flug �asta SDP. Warum benut jene. Hm? Wenn, was... urest. Wenn, wominieren... ...aut la sexe.